Hallo Chat, was geht ab? Spielt ihr jetzt doch mal in den Oder nicht? Wenn ja, wann geht es weiter? In zwei Wochen glaube ich erst. Das ist wie Nachstand für dich. Prime League? Nee, steht hier nicht. Finde ich nicht. Steht in der Akte, die alte Season steht da noch. Irgendwann Ende des Monats, glaube ich. Okay, also ich brauche hier, ich hätte Jhin nicht picken sollen. Wir haben aber DPS in Form von Trainer mehr, that's not bad. Hey, Lulu könnte Ignite gehen und ich könnte auch in Heal gehen. Aber wir können auch bei Exhaust bleiben. Das ist auch zu fun. Die Jinx hat keinen Cleanse mitgenommen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Ihre Autotec war einfach schneller als meine. Bitter. Viertel 6 viert doch, wenn die einen nicht sehen können, oder? Wieso wurden die nicht geviert? Ich wäre so mad an der Anstelle schon wieder. Wir haben halt beide getradet, so. Beide hatten gute Argumente für einen Trade. Die haben Nami, ich habe Jin mit Fleet Footwork. Und am Ende ist die Lane übel close. Da kommt einfach kurz der Philistix vorbei. Und everything is gone, so. So traurig, oder? Schade. Ich glaube, dass wir so viel Schaden haben direkt. Ich wollte den Killer, also den Killer auf Nami hätte ich nehmen sollen, können, whatever. Mir war aber in dem Fall erstmal wichtig, dass ich den Heckram davon abhalte, dass er sich wehren ist, ja. Warum ist Lulu AFK? Nicht mal fein so. Nicht fein so. Level 6 geworden. Ja. Lulu ist leider die Seed, ne? Der ist nicht so gut für uns, glaube ich. Okay. Oh, shit. Ich komme nicht rüber. Die Ulf war zu früh. Kommt der Rest noch? Philistix, ja, ne? Oh, shit. Holy shit. Die ist so scheiße tanky, ne? Einfach nur Sonya's gebaut. Dann picke ich Jin. Und dann ist die Nummer einfach super fucking hart. Denn die Kills lieber dem, der TF gelassen. Der, der TF, dem TF gelassen. Schade. Nicht schade. Okay, wichtig. Ich hab, ich hab Damage gemacht. Mama. That's not bad. Oh, scheiße. Das ist nicht so. Haben sie aber. Всем증'ener. Ja. Schön. Nice one. Danke, Team. You are actually the best. Nö. Auch nicht gut von mir, bin ich ehrlich. Jin, please. Was willst du mit Jin, please jetzt machen, Bro? Ich hätte den Drake nicht anfangen sollen. Der hat mir, glaube ich, leider viel Damage gemacht. Was hat der Tremel jetzt gemacht? Warum ist der hier? Sweet. Okay, ich hätte Exhausten können, wahrscheinlich. Flash Exhaust lässt mich wahrscheinlich länger leben. Macht halt so viel mehr Bock als alles andere. Okay, nice. Machen wir das, oder? Ja, definitiv war das. Sehr gut. So, Brocken. So, Brocken. Oder? Lulu? Oh, Brocken. 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 Die hielten einfach mit mir den Melfair zusammen anstatt für die Jinx zu diven Das ist einfach so gut Sweet Ich kann eigentlich alle ordnen so Ich denke wir haben mit Also Viertelsticks, TF, Lulu haben alle gut gespielt Und allein seit ich für mich gepeelt habe Zu jedem Zeitpunkt, selbst wenn ich meine Position gebracht habe Und der ich scheiße war Ist halt so gut, honestly Also wenn du nur die Lineups nimmst, dann gewinnen wir nicht gegen das Also das gewinnt gegen uns Fast sicher Aber ja, ich denke wir haben mitgemacht Und zumindest nach der Landingphase Gut zusammengespielt Aber Kulscher und ich Wir haben das Herz am rechten Fleck Da bin ich mir sicher Und wenn ihr uns Ne zweite Chance Geben wollt Dann werden wir Sie ergreifen Sie ergreifen Wir werden sie ergreifen Wir werden euch stolz machen So stolz So, so stolz Wir werden Vorbilder sein Nie wieder Account Sharing Nie wieder ein Fehlverhalten Riot Games Gebt uns ne zweite Chance Kulscher Ja, e geht's Du dir hablst zu